Wunderbar, der Sommer immer noch voll im Gange und sollte heute Abend so das ein oder andere Tröpfchen fallen, dann höchstens, um uns ein bisschen runter zu kühlen, damit das Ganze hier nicht am Überkochen ist. Wir dagegen haben die schöne Aufgabe, ihr Lieben, euch ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen, euch ein bisschen musikalisch anzuwärmen. Ich hoffe, ihr seid alle guter Dinge. Geht's euch gut? Ja! Habt ihr richtig Lust? Ja! Das ist gut. Das ist ausbaufähig, aber das ist schon mal alles richtig schick. Wir haben jede Menge Musik für jeden was dabei, das kann ich schon mal versprechen. Also es wird alles geben, es wird Oldies geben, es wird Sommerhits geben, es wird Kulthits geben. Alles für euch. Und jetzt lassen wir es erstmal so ein bisschen sommerlich werden, ne? Ihr seid dabei, wir sind dabei, ihr seid dabei. Auf geht's sommerlich nach Budapest. Langsam Fahrt aufnehmen. Das ist jetzt auch das musikalische Pettig. Musik Das ist jetzt eine gute und influenziert. Musik 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 Hallo Mädels, ich möchte euch alle hören und, ich hab euch nicht gehört, noch einmal 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 und, Musik 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 Und solange unsere Herzen noch streuen, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und eben, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ich war seit Wochen auf diesem Tag und tanze vor Freude über den Aspach. Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, dass mich ein paar weiter durch die Straßen zieht. Komm mir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht. Zu der selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes kam. Durch das Gedränge der Menschenmauer bahnen wir uns im altbekannten Weg. Hände an der Gasse zu den Elbterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wieso wir in Volksdorf heute Abend hier haben. Doch die anderen warten, um mit kurz zu starten und abzugehen. Wir wollen was hören von euch, wie alles. Am Tag in die Wiese, durch den Sinn und Endlichkeit. Am Tag in die Wiese, haben wir noch mehr Zeit. Das ist das, was wir noch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017